Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, wo Frau Milz angerufen hat. Ich war in Tunesien und sie hat mir gesagt, sie sind Reporter des Jahres. Ich hatte ganz, ganz, ganz wenig Zeit, mich zu freuen und zu sagen, wow, wie schön ist das, weil ich auf einer Recherchereise war. Und genau so war das gesamte letztes Jahr. Aber in dem Moment, der war so intensiv, dass ich einfach gedacht habe, als ich vor über zwölf Jahren nach Deutschland kam, um hier zu studieren, dachte ich nie, dass ich heute hier stehen werde und vor ihnen über meine Arbeit, dass sie auch wissen, was ich mache und dass sie auch wissen, wie leidenschaftlich ich für den Journalismus bin. Warum? Weil ich immer wieder in Ländern unterwegs bin, wo ich merke, wie wichtig der Journalismus ist, wie wichtig, dass wir Menschen zuhören. Als ich in Tunesien war, habe ich vielen jungen Leuten zugehört und gemerkt, vielleicht ist es hier selbstverständlich, aber gut, mittlerweile auch jetzt, seit ich vor drei Wochen in Koblenz war, wo die Rechtspopulisten sich getroffen haben, ist es doch ein bisschen eine andere Atmosphäre und auch mit Trump ist es auch doch eine andere Atmosphäre für viele Journalisten. Aber vor Ort merke ich immer wieder, wie wichtig, dass man Menschen in Stimmen gibt, dass man nicht über Menschen redet und dass man direkt mit ihnen vor Ort redet. Und wenn ich jetzt heute stehe, kann ich nur eins sagen, dass ich sehr glücklich bin, sehr berührt bin und mich bei Ihnen alle herzlich bedanke. Und natürlich stehe ich dann immer im Vordergrund als Moderator, also als Reporter, aber da steht auch ein Team dahinter. Dieses Team ist nicht heute mit dabei, aber ich möchte auf jeden Fall Danke an das Team sagen, Sie unterstützen mich jeden Tag. Und natürlich auch sehr wichtig ist die Deutsche Welle, die mich einfach mal machen lässt. Auch meine Chefin ist hier, aber nicht nur, weil sie meine Chefin ist, Frau Meuer, aber wirklich herzlichen Dank, weil Sie wissen, manchmal bin ich auch anstrengend, aber Sie vertrauen mir und Sie sagen, Jafar, machen Sie mal und sehen Sie, es hat sich gelohnt. Danke und auch ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit Ines Pohl, auch sie wird bald hier Chefredakteurin sein. Ich hoffe, dass du auch weiterhin auch stolz auf uns, auf das Team, auf Shabab Talk sein kannst. Und ja, vielen Dank. Ich habe einen Wunsch hätte ich noch. Meine Eltern sind in Beirut und ich mache sehr viel und bin sehr viel unterwegs. Aber als ich gesagt habe, ich bin Reporter des Jahres in Deutschland, das war für Sie schon sehr, sehr was Cooles. Und deshalb habe ich dann Ihnen versprochen, dass ich auch jetzt gedanklich Ihnen einfach Danke sage auf Arabisch und dementsprechend das Schukran an meine Eltern, weil die sind jetzt mit mir und ich hätte mir gewünscht, dass Sie da sind. Nochmal herzlichen Dank an Sie alle. Es freut mich sehr. Danke. Vielen Dank.